Das ist jetzt nicht die beste Idee aller Zeiten. Als das Time Magazine 3D, als die Zukunft des Films bezeichnete, 3, 2, 1, los! war damit wohl kaum das hier gemeint. Du bringst das auf ein ganz neues Level. Ja. Und wie er sich darüber freut. Oh Scheiße! Wir üben heute mal ein bisschen Tontaubenschießen. Los! Der Weihnachtsmann hat gestern ein bisschen gesoffen. Das dürfte also unangenehm werden. Jackass 3D Ähm, Alter, wie geht's dir? Gut. High five? Demnächst im Kino